Willkommen bei SmartListe. In diesem Video besprechen wir den die besten Überspannungsschütztestpunkt. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen die besten Überspannungsschütztest, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Revolt Blitzschutz-Tacker. Die besten Überspannungsschutz, die separat genutzt werden kann, ist die 6-in-1-Kombieinheit von Revolte. Es liefert umfangreiche Anschlussmöglichkeiten sowie ist nur durch eine elektrische Steckdose zwischengeschaltet. Mit dem Kombigerät können alle typischen Ressourcen risikoleicht gesichert werden. Es schützt effektiv vor Kraft, steigt und auch Überspannungen als maximal 3000 Volt hat Links für analoge und auch elektronische Telefonanlagen DSL. Hier ist der N, VDSL und hat eigentlich eine LED-Bildschirm stehende als auch erwachsene Kontrolle. Die bewerteten Lose wird definiert, mit optimalen 3680 Watt sowie das Signal in der Prüfung geschützt. Zusammen mit der hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis-Struktur aufgrund der sehr niedrigen Kosten selbst verlöschende Produkt trug auch die Realität, dass es sich als der beste Aufstiegsschutz für den integrierten Einsatz im Test behaupten konnte. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Überspannungsschutzgerät. Die Aufstieggurz von Phoenix Metro Kontakt A3 ist einfach in die Steckdose verbunden, verbunden mit der unheilbaren sowie ebenso hat eine Kraft und auch die Statusanzeige. Das Element ist ein Steckdose-Adapter mit integriertem Überspannungsschutz-Sicherheit für die Stromversorgung und auch die Signallink eines Terminals mit analogen oder digitalen Telekommunikation-User-Interface. Es kann VDSL-Datenübertragung mit einer Geschwindigkeit von etwa 46 Mbit-Schrägstrich als unverfügt über ein Teil-Adapter-Kabel. Aufgrund der elementaren Bindung, für die kein Profi benötigt wird, ist der beste Typ-3-Überspannungsabit hervorragend für die feine Verteidigung von unheilbaren Gartgays abgestimmt sowie zusätzlich perfekt funktionierte im Test mit VORIP. Auf Platz 3 haben wir die Siemens-Ableiter. Die beste Art 3-Aufstieg-Gart ist das Siemens 4001869340401-D-Sich. Art 3-Aufstieg-Ableiter sind nach Art 2-Überspannungsableiter in der Unterverteilung in der Nähe der Last sowie zusätzliche Einschränkung-Überspannung, die angeschlossenen Lose zu schützen verwendet. Diese Geräte sollten nur von Fachleuten montiert werden. Die Sicherheitskomponenten sind erweiterbar, sodass keine Einstellarbeiten erforderlich ist, bei der Umwandlung der Security-Module. Bei einem Ausfall werden ein remote Zeichen durch einen Opto-Koppler mit Open-Collector-Ergebnis freigegeben. Die Einhaltung der Spezifikationen für die beste Art 3-Überspannungsschutzangeboten Post-Version 2 Rangentlastung präsentieren 820 ist 1K bei Nentspannung A-C und auch DC von 24 Volt. Die höchsten kontinuierliche Spannung beträgt 34 Volt Klimaanlage und auch 44 Volt DC. Sicherheit ist 550 kV. Umzug auf Nummer 2, haben wir die D952400. Art 2-Aufstieg-Überspannungsableiter für Pover-Desichen und auch Stromversorgung von den Plus-Esne hatte die Fähigkeit, durch das tolle Preis-Leistung-Verhältnis zu dominieren. Die Niederspannungs-Überspannung Sicherheit bietet, die Spannung zu beschränken, gleich 1,25 kV gleich 1,5 kV gleich 2 kV sowie verknüpft werden kann Art 1-Ableiter nachgeschaltet. Die vorteilhafte Überspannung-Verteidigung mit TNS-Netzwerk-Typ in der vierpolige Variante hat die Einhaltung der Kategorien Rangentlastung präsentieren 820-20K mit einem A-C rangiert Spannung von 400 Volt. Die optimale Konstant-Spannung-Klimaanlage beträgt 275 Volt. Die Verteidigung ist 1,25 kV. Das Guard-Kit wird auf 35 mm Karkophonie-Schiene mit einer Dimension von 4. installiert. Signalisierung ist ästhetisch auf das Toll, aber es hat keine remote Signalisierung nennen. Der Aufstieg-Diffense-Austin und Söhne verwendet hauptsächlich ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis sowie im Test einwandfrei funktioniert. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Finder 7P2582751020. Das TNS-Tool von Finder enthält Outlet und auch Security-Komponenten angeschlossen und auch belegte im Test als die beste Art 1-Aufstiegssicherheit. Dem Aufstieg-Ableiter mit 4 Varys-Toren für 3-phasigen Netzwerksysteme läuft unter einer geordneten Spannung von 230 Volt und erlaubt auch eine optimale kontinuierliche Spannung von 275 Volt für A-C sowie 350 Volt DC. Die Verteidigung ist 9 kV. Die Sicherheit Guard-Kit ist mittels einer 35 mm Tor-Huwe-Abo-Schiene montiert sowie hat eine Bedingung-Kommentare zusätzlich ein Problembildschirm. Alle Fertures funktionierten einwandfrei in der Skat-Kit und auch ermutigt durch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Framework zusammen mit praktisch ausgezeichneten Tests sowie ordentlich Handhabung. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen UB-Date-Kanal zu abonnieren. Vielen Dank! paar Tage Bis zum nächsten Mal.